Da müssten es noch 3 sein. Keine Ahnung. Ich hab die 2 und die hab ich auch noch. Ah, man fällt hier runter! Okay, hi. Warte mit Wirbel. 2 plus 1 ist 2. Ne, ne, 1 plus 1 ist 10. Das weiß doch jeder Informatiker. 1 und 1. Ich bin da Tofu. Da, jetzt. Hä, hab ich die Pflanze grad im Fliegen gekillt? Das hab ich nicht gesehen, scheiße. Oh, nice. Mit irgendeinem richtig komischen Movement kann man ja auch den Stern ohne die Kanone holen, aber das kann ich nicht. Ja, ich auch nicht. Buff. Du blöde Pflanze. So, Wand ist kaputt. Ich komm mal hoch. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich könnte mir das aber richtig lustig vorstellen, wenn das wirklich dann so 20 Leute gleichzeitig machen auf einem Server. Oh, ja. Alle rennen in verschiedene Welten. Oh, oh, oh. Ich traue mich irgendwie mit Rosalina nicht diesen Glitch von den Booms. Weil die so groß ist. Also mit Tod? Ja, okay, mit Tod. Weil sie so groß ist, oh, mit Tod geht. Ja, weil Tod ungefähr genauso groß ist wie Rosalina. Ja, schon so ein bisschen, ne? Ah, da ist der 100 Münstern. Also, zählt jetzt hoch. Jepihuuu, so. Ja, aber jetzt 12. Oh, das ist jetzt aber ein bisschen blöd zu holen, weil die Kamera auf den Booms sich ausrichtet. Oh. Ah, nee, ich kann auf Mario-Kamera umschwenken. Ach ja, die gibt's ja auch noch. Die ist halt nur ein bisschen... Hi, Peach. Nein! Nein, doch. Ich dachte, ich stirb jetzt, aber nee, ich bin nur auf. Ja, ich muss jetzt hier erstmal... Das ist halt so blöd, weil sich die Kamera auf den Dingens ausrichtet. Ja, ich versuche, in den Käfig weiter zu spüren. So. Was soll ich... Oh, endlich bin ich auf diese Insel drauf. Ach, wenn man auf 0 pro, äh, KP ist, dann kriegt man auch keine, äh, KP mehr, wenn man ne Münze einsammelt. Ich bin gerade mit 0 KP runtergerutscht, hab ne Münze eingesammelt und war trotzdem auf 0. Ja, ja, das kenne ich. Interessant. Weiß man's doch auch nicht unbedingt. Nein, 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 nein. Warum bist du nur hingeschroffen? Richtung roter Münstern. So ein bisschen. Warum bist du nicht geschwebt? Geschwebt? Geschwebt hättet. Hab ihn. Alter, die Eule hält mich so an der Achsenhöhle fest. Dadadada. So, was macht ihr denn gerade so? Ah, den Käfig muss man nur noch machen. Ja. Den versuche ich auch. Ich versuche auch mal. Ich, ich werde ständig woanders rausgeschmissen. Das ist so dumm. Ich fliege immer in eine andere Richtung weg. Ich probiere es mit meiner Fähigkeit, und die vom Turm ich hoffe nur dass ich diesmal nicht sterben werde wie ein Fallschwarrer Scheiß drauf ich lass einfach das Wasser im Keller runter ich bin jetzt Game Over Nein Ich äh... Ah jetzt hab ich endlich mal gequabt bekommen Da Schlüssel reingesteckt War nur ich, ich holte immer alles aus seiner Achsenhüte raus Also ich weiß gar nicht was ihr habt, ich hab ihn Auf Anhieb Ja ich hab ja nicht den regulären Weg Oh 15 Sterne, das heißt der Hase muss hier sein Au Sammel ich den Hasen ein, ich hol die blaue Kappe Aua Sorry Du hast nicht geschlagen und nicht den Hasen geholt Der ist bei dir woanders lang gelaufen, okay cool Ja das schl... Dann werde ich endlich nicht mehr von hinten schlagen Ja Sorry Wieso... Ach der hechtet nicht der Valoid... äh Wario Scheinbar... Dann könnte es mit Wario etwas schwer sein den Hasen zu erwischen Ein bisschen... Doch jetzt ist er gehechtet Und du hast ihn... Ne ich hab ihn aber auch erwischt Ich hab ihn noch nicht Ja bei mir hattest du ihn grad auch in der Hand irgendwie Ich bin aber getriggert zu meiner Ehre... Ich bin aber getriggert... Doch bei Roller Doch bei Roller Ich krieg's nicht Nee... Ich krieg's nicht Ich schwör dir... Ich schwör dir... Ich bring... Soll ich mal mit dem Hasen in die Welt gehen? Hey, nein. Hey, doch. Ich glaube, ich gehe mal mit dem Hasen in die Lava-Welt und werfe ihn dann in die Lava, falls ich ihn noch habe. Ja, was? Jetzt habe ich ihn. Ich komme ja schnell die A8. Drohte Mühe und Sön. So war der Opensänger. Ich bin nicht in die Lava geflogen, das klang nur so hoch. So hoch. Alles. Das Gränzert. Ah, diese drei Bullys, die drei Bullys nerven mich. Die Mobben nicht. Aber Herr Vater, das schießt doch genauso wie du. ein habe ich auch gegner ich glaube dass ein bisschen zu hart was alles live zu machen ach so das wäre schon krass ja also wenn er das hinkriegt dann hat er meinen vollsten respekt also ganz ehrlich der kriegt auch den dreck weg und alles in mario 64 rein wenn es eine schafft dann eher also case ist sowieso der einer der besten modder die ich kenne